Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück bei 7 Days to Die und über die letzte Folge, da breiten wir den Mantel des Schweigens aus. Das heißt 7 Days to Die, jeden Tag zum Sterben. Jeder, ja genau, ich schaff das. Dano ist natürlich wieder dabei, ihr habt's schon gehört. Hi. Und Xa haben wir auch am Start. Grüß dich. Moin. So, ich hab ein paar Crossbows zu bauen, das werde ich jetzt mal tun, mal schauen was dabei rauskommt. Da Xa kann man schöne kleine Lichter oder sowas auch bauen. Ich mein, du hast ja die Steckenlampen auch gebaut. Ja. Kannst du dir bei Gelegenheit da mal zum Ofen gehen und schauen, ob du da irgendwas kreatives, schönes machen kannst, was Beleuchtung oben drüber angeht? Oh, Kronleuchter, ne? Das wär was. Ich weiß es nicht. Oder irgendwie generell für die Küche so, ob dir da was einfällt. Soll ich noch irgendwelche Sachen ausbringen? Die Dinger sind jetzt im Bau. Du brauchst jetzt nicht mehr, ich bin schon beim letzten Schwung. Alles gut. Oh, warte mal, hier ist ein Eimer, äh, ein Eimer Wasser. Da könnte man, soll ich mal ein paar Eimer bauen? Dass wir demnächst unseren Pool befüllen können. Eimer haben wir schon. Die hab ich irgendwo, äh, kein Land. Werkzeug ist er nicht. Nee, ich glaub, die sind empty, empty, empty. Moment. Krümmel? Empty, empty, empty. Kann man doch, die mich da irgendwo rein tun? Krümmel ist ahnix? Bei einschmelzen sind sie. Das ist interessant. Ich tue sie mal, äh, tue sie mal hier rüber, wo die anderen sind. Auch Zutaten. Das ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Ähm. Da, essen. Wenn man loswollen, solltet ihr vorher noch essen, trinken. Ja, ich bin ganz, bin ganz fit. Mein Ding ist nur, die Crossbows... Auch ein bisschen. Wie noch brauchen wir es noch? Äh, Minute 30. Na ja, kriegen wir hin, würde ich sagen. Es geht doch. Es ist erst 2 Uhr. Ja. Ansonsten braucht ihr noch was am Muni oder so? Ist da alles da? Nö, da bin ich eigentlich gut verfolgt. Äh, äh, verfolgt. Verfolgt. Verfolgen wir alles, wenn wir verfolgen? Ja, die, die Muni mit seinen verfolgt. Xa hat Albträume von Munition. Warum nicht? Also, ich habe ja eher Albträume von Koja. Ey. Was soll das denn heißen? Der mit Waffen vor mir steht. Also, wirklich. Und dann auch noch einfach abdrückt. Zurecht? Zurecht aber auch. Allein, einfach, was? Hergeht und abdrückt. Übrigens finde ich diese, finde ich diese Wand hier wunderschön. Du hast sie ja immer noch nicht, äh, entdekoriert. Die ganzen Lieder passen zu dir. Ja. Wunderschön. Ich bin hellauf begeistert. Total. Das ist fantastisch. Dafür bin ich hier außen überhaupt nicht begeistert. Wofon? Ja, ich versuche hier gerade die Beleuchtung irgendwie heranzubringen, aber es beleuchtet nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Okay. Naja. Lass du mich kurz reingruieren? Danke. Leber ist, äh... Ja, also, ich brauche ihn jetzt nicht mehr akut, aber er ist jetzt ein bisschen reduziert und von daher, dann haben wir wieder, auch für die, für das, für die Repair-Kids brauchen wir ja. So, Xabi, Schatz, bei dir ist es mit Essen und Trinken? Ich renn's selbst mit dem ganzen Waffenzeug rum. Aber, 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 die Magnum ist... Ich hab mein Crossbow, und? Ja, aber die Magnum, die ist tollerer. Und? Okay. Tollerer. Die ist viel tollerer. Ja. Ja. Außerdem habe ich meine Sniper-Rifle. Warte mal, ich brauche, hab ja gar nicht. Ja, ich überlege gerade, ob ich die Sniper-Rifle nicht hier lasse. Und die eigentlich... Wieso? Wenn's nützlich ist, lass ich die Magnum hier irgendeine Wache, muss ich noch hier lassen. Magnum oder Schneiber-Rifle? Ja, ich lass auch eine da, ähm, ähm, das fertige. Äh, wer ist denn jetzt schon wieder drin? Ach, komm, die Magnum ist. Ich. Aber jetzt kannst's rein. Lass mir die Magnum hier. Die Hunting-Rifle bleibt dann mal da. Und? Das sollte eigentlich so. Die nehmen wir uns mit. Was braucht denn die Magnum für Muni? Die... Äh, die... Die... Genau, die 44er. Muss ich mal dann noch nehmen. Ja. Hm. Hat jemand dann wieder ein Wings mit, ähm, Wrench? Nein. Die Wrench kann ich einpacken wieder. Dann nimmst du sie gerade. Hm, nee, nimm ruhig, du sie. Hast du noch ne Peer-Kids? Ja, oder? Äh, hab ich noch sowas nicht. Ah, da. Ja, hast du. Oh. Weißt doch, g'sa, hat letztens gemäckert, dass er mit 10 noch nix machen konnte. Nimm, 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 nimm. Also ne Schaufel wäre hilfreich, was können wir noch brauchen? So. Ein paar Waffen für Koya. Kettensäge ist jetzt wieder regiert, gell? Den Raketenwerfer soll ich mitnehmen, steck mal im Stream-Chat. Ja, dann nehmen wir den Raketenwerfer mit. Oh ja. Wie viele Bandagen habt ihr mit? Vier. Vier Stacks? Das würde vielleicht reichen. Also ich glaube, Koya sollte alle fünf Meter irgendwo ein Bett hinstellen. Ne, wir lassen den Raketenwerfer hier. Den machen wir mal anders. Ich wäre abreisebereit. Ja, ich auch. Hm, ein bisschen Katzenfutter nehme ich noch mit, man weiß ja nie. Das ist schon wieder der Raum, der keinen Ausgang hat. Das ist der Raum ohne Ausgang, ja. Genau. Das ist dramatisch. Das soll also mein Auto sein, okay. Mh, ein bisschen feucht noch. Also wenn du dich auf den Sattel setzt, dann kann der so ein bisschen... 300% Benzin, nein, du hast da nichts eingefüllt, oder? Doch, ich habe da eingefüllt, nur mehr hatte ich nicht. Ich habe immer noch meinen... Achso. Wie das gerade... Ja, komm, nochmal so dampfen bitte, das war gerade cool. Das rosa Brett vorm Kopf, nur echt mit rosa Brett vorm Kopf, seit neuestem. Sehr schön. Machst du, ist ein rosa Brett? Ja, bei mir ist das Licht da oben einfach nur ein... Das ist... Okay. Rosa. So. Ähm, welchen wollen wir zuerst machen? Ich habe ja auch noch hier ein paar. Ähm... Ich bin ja ewig nicht mehr mit in den Dingern gefahren. Gute Frage, warte mal kurz. Also ich höre gerade mal, also ich habe... Bei mir ist eine oben im Eis. Zwei habe ich im Südwesten. Im Südwesten habe ich auch ein bisschen was, ja. Und dann noch eine im Südosten. Dann fahren wir nach Südwesten, da habe ich drei. Und du hast auch zwei, dann ist es sinnvoller. Auch wenn die im Eis nahe ist, aber die kommen ja immer noch mal. Genau. Der letzte macht die Rampe hoch. Die würde können wir unten laufen lassen. So lange wir nicht da sind, kommen ja auch keine Zombies, die da reinlaufen wollen. Südwest ist bei mir so die Richtung. Ja, also bei mir ist eine mehr westlich von Südwesten und eine mehr südlich von Südwesten. Ja, dann fahren wir jetzt erst deine an, die westlich ist. Westlich erst, okay. Ja, weil da habe ich keine. Dann könnte man dort anfangen und dann in so einer Reihe dann die anderen alle ab. Okay. Wo bist du denn? Irgendwo vor mir ist ein erster blauer Pfeil. Bei mir. Oh, okay. Ich bin auch drin weg, um den Park rumgefahren. Und Schatterweg. Aha, aha. Aha, aha. Bist du da nur? Autsch. Ja? Nicht so einfach, ne? Was ist? Doch, doch voll. Wo warst du denn Xa? Wo sind wir Xa hin? Machen wir langsam Xa. Ich hab auf euch gewartet. Achso, wer ist denn das dann vor mir? Ach, das ist der Xa. Du zuckelst vielleicht hier durch die Gegend. So, nö. So, ich kann eigentlich. Relativ flüssig. Ne, bei mir stehst du wieder. Drück doch jetzt mal auf 8. Du trittst wieder. Du trittst. Ja, ich hab ein Threadbike. Ja, ich hab ein Threadbike. Oja, fahr weiter. Sag mal. So, und jetzt müssen wir hier querfeld ein durch die Pampa. Gerade in dem Biom. Na super. Äh, mit den... Mit den ganzen... Ja. Xa hat echt was gegen uns. Mhm. Hängt da. Oh, hallo Hund. Tschüss Hund. Ach, wir wollen wir einfach drüber fahren. Hallo Zombies. Wollte ignorieren. Mhm. Ah! Wo führst du uns hin? Zum Schatz? Ja, nicht zum Rand der Karte. Dann sagt er nur noch, da müsstest du geradeaus fahren und dann läuft das jetzt. Genau. Mhm. Mhm. Ja, die großen Steine wollte ich nicht finden, ne? Oh, hier ist, äh... Midgard. Noch was? Ja. Aber ja, diese blöden... Ich wollte den Hund mitnehmen. Diese blöden Steine hier wegmachen. Oh. Das ist ja... Ja, die sind mistig zum Fahren hier. Ah! Hm. Okay, aber durch ein Auto komme ich durch. Interessant. Hilfe. Äh... Weißt du, den blöden Sternen bleib ich da und hängen? Wo ist Xa? Da hinten ist Xa irgendwo. Juppa. Ich renne übrigens Hunde nach, gell? Ach, Quatsch. Wo seid ihr jetzt? Ach... Wer war das jetzt? Oh, danke. Bitte. Dachte ich mir, ich brems mal nicht. So, Vorschläge. Denk dran, wir haben PvP an, Xa. Hihihi. Achja, da war ja was. Da ist allerdings was, ja. Halt, stell du. Ist viel. Komm her, du blöder Hund. Warte, das ist alles. So. Den hab ich weggemacht. Ein Pling, das lohnt sich nicht. Gut. Ist da auch schon der Schatz oder ist da nur Nitrat? Nö, da war nur Nitrat. Nitrat ist der Schatz. Oh, ja, ja. Achtung, Zombie. Aber der Schatz ist auch ganz so nahe. Oh, nein, nein. Huch! Oh, das war gut. Mit einem Pickelschlag den Zombie. Tötet. Achtung, da kommt der Nächste. Hinter dir? Mhm. Oh, ne. So. Wir schauen einfach mal, ob wir Xa finden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mein Moped genommen habe. Ich glaube, ich sitze jetzt auf deinem. Egal. Ist doch egal. Ja, bei mir auch. Ach, übrigens, da ist Wasser, Danu. Ähm. Dein Moped schwimmt nicht. Ach so, sind wir hier schon da, Xa, oder wie? Nö, nö. Ne, ach so, dann. Ich habe noch 58% Benzin. Zur Not müssen wir noch mal... Ja, wir können ja ein paar Autos auseinandernehmen. Wird schon schiefgehen. Komm her, du blöder Zombie. Warte mal, hier ist... Hast du in dem Camp schon nachgeguckt, Xa? Äh... Was, bei dem zahlt? Hier ist so ein Camp, ja. Nö, hab ich noch nicht. Weil da ist ja auch nicht selten mal was... Hab mich gern, blöder Zombie. Ja. Wohl. Aber da gibt es... Eigentlich nie, nicht so was Besonderes. Oh, oh, oh. Das war gut. Ganz viel Muni und, äh... Drei Schöne Wappenteile. Ach, jetzt nochmal geht's gut. Oh, halt, Moment. Das will ich nicht mitnehmen, da rieche ich nur nach. Ah. Und du wolltest unbedingt in den C fahren, oder wie, Koja? Ja, ja, das ist sehr empfehlenswert. Äh... Kriegt man irgendwie sein Minibike angezeigt auf der Karte? Nein. Nope. Nope. Du solltest ja immer gut bemerken, wo du geparkt hast. Gut, dann tu ich das mal. Demnächst. Ach so. Ich nehm mal die, äh... Wasserflaschen. Auffüllen. Du bist an jedem kleinen Metallbröckchen auf dem Boden. Bleib mal hängen. Ja, aber lustigerweise, durch Autos und Häuser kannst du manches mal durchfahren. Wo? Wo seid ihr zwei? Äh, einfach den blauen Feiernacht. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Genau. Oh, doch. Das fällt ein. Oh, da war ne Mine. Da war ne Mine. Uiuiuiui. Da seid's reinfahren, oder was? Ne, da ist ein Zombie wohl explodiert. Aber, äh, gut zu wissen. Ich freue mich schon, wenn man ein Moped in die Luft fliegt. Könnte lustig werden, ja. Das könnte sehr lustig werden, ja. Das könnte sehr lustig werden. Ich weiß auch wirklich 100 pro, dass ich die Mine finde. Das ist okay, damit kann ich leben. Ja, ich auch. Da gibt's noch mehr Nitrat. Oh, hier ist, ähm, ein Hotel. Ah, da gehen wir aber sowas von rein. Wollte ich auch sagen. Und die Zombies, die hier, äh, sind, äh, ja, äh. Ja, das sind halt Hotelgäste. Wisst ihr was? Ich nehm noch ein bisschen Nitrat mit. Aber, hallo. Hm, tu das. Find das ja eh. Ich bringe nicht so vieler, es gibt nur Kopfschmerzen. Mensch, du blödvieh. So, das kann man auch wieder ausschalten. So. Da steht ein Wachsitz-Zombie. Ja, Nuss. Ruhe. Genau. Da steht ein Wachsitz, ja. Der is Ents Ute. Aha. Ich mein Pool. No. Habt ihr auch den, den Namen von dem Hotelgäste? Ja. Okay. Wie heißt's? Der is Ents Ute. Äh, so, Schwiten für den Tagesschuhl. Ach so. Ja, klar. Klar, ich steh neben euch. Erklärt die leicht begleiteten Zombies. So. Ja. Auch. Jetzt ist es Metall oder Holz. So. Guten Tag. Würde gern ihren Safe ausrauben. Ich's mal. Cool. Vollkommen. Sag mal bitte, wie die ausschaut. Jo, ist ja schön. Ten Schatz drinnen, schade. Erstmal, äh, Pilzen aus dem Mülleimer gezogen. Cool. Cool. Im, äh, im Streamchat wird gerade gefragt, oder wurde gerade gefragt, dass sie, äh, was mit Final Fantasy 15 ist. Ähm, an dieser Stelle dann auch mal. Ist ja auch bestimmt für die, auch YouTuber, äh, interessant für die Zuschauer. Ähm, das wird es in dem Fall jetzt, ja gut, wenn die Aufnahme ist, ist es schon vorbei. Aber, äh, ich kündige es ja auf jeden Fall an. Äh, morgen, also Freitag im Livestream. Da werden wir Final Fantasy 15 mal wieder auskramen. Und ich werde gnadenlos verzweifeln, weil ich die Steuerung nicht mehr beherrsche. Gut, als hätte ich sie jemals beherrscht, aber... Dürfte also interessant werden. Ja. Ich fürchte. Ich fürchte. Hier ist ja alles schon, ist schon alles geräumt hier. Also, den Gang hier vorne, dann bin ich schon nach hinten. Zack, zack. Tja, woher? Also, ich, äh, glaube, wenn ich das so sehe, so wirklich lohnt, tut das nicht, oder? Nö, also, ich habe jetzt ein paar Klamotten. Also, jetzt nichts wirklich Besonderes. Nicht so wirklich, ne? Also, ich würde auch sagen... Denken wir uns. Hm, doch, jetzt kann man's klemmen. Wart ihr hier oben auch schon schauen? Nein. Also, geh mal wieder, oder wie? Also, den einen Safe vorne bei der Rezeption habe ich raus von... Von... Er ist ja eigentlich wenig. Wer von euch hat die Ranch, dann könntest du den Autos mal Benzin rausholen. Hm, mach ich. Da sind Schrott. Äh... Aber das kannte ich auch noch nicht, das Hotel. Ja, das scheint ein neues zu sein, ne? Das scheint neuer zu sein, ja. Das muss mit der Alpha 15 reingekommen sein. Ja, ist doch ganz nett. Ach komm, alles rein, dann steckt's halt später. Was soll's? So. Äh... 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 Schauen wir mal. Hm, 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 hm. Ah, er quaddert schon mal ein bisschen vor. Die Kiste ist hier gleich um die Ecke. Ich komm mit. Wobei, äh... Wo es aussieht, ist die hier im Fluss. Im Fluss? Im Fluss. Ist sicher mal was Neues. Ja, dann lass uns da parken und du kennzeichnest das sonst irgendwie. Im Fluss? Wollen wir da wirklich nach tauchen? Naja, nur noch nicht. Ja, die ist genau hier am Fluss. Ja, äh... Geht's irgendwie auch ans Ufer? Dann würde ich erst mal vorschlagen, am Ufer zu schauen. Oh, unten unter Wasserbränden. So, irgendwie gibt's hier auch. Ja. Wieso? Geht... Geht der Bereich bis ans Ufer, oder nicht? Genau, gerade. Warte, dann würde ich da anfangen. Geht... So, etwa hier die Kante oben. Okay. Dann lass uns die noch auseinandernehmen. Wie weit links und rechts? Fahr ich gerade. Hier, wo ich stehe, hier geht's los. Okay. Und geht bis... Hier. Anfang die Brücke. Okay. Aber es könnte auch sein, dass ich hier jetzt nicht mehr rauskomme. Äh, äh. Haben wir dich hier angebudelt? Ja. Aber es könnte... Au, ah! Das hatte ich hier schon angesaufelt. Angesaufelt, so ne Saufelei. Äh, das ist natürlich voll gut sichtbar, wenn man jetzt hier wegsaufelt. Und... Genau, das hat Siri gerade auch im Chat geschrieben. Aber ich tauche hier gerade schon ein bisschen rum, aber ich sehe hier keine, äh... Geste. Also die scheint wohl doch noch vergraben zu sein. Sowas. Juhu. Hier ist sie. Ich hab sie. Ah, schön. Soll ich gucken, oder willst du schon? Ne, mach du. Ich bin ziemlich voll. Achso, okay. Ich bin eigentlich gar nicht mehr... Ja doch, noch relativ voll. Ähm, ja... 17.200 Tokens... 56... 7.62 Rounds... Silver Nuggets... Und Gold. Warte mal kurz, warte mal. Bleib, 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 bleib. Jetzt zurück. Nein, ich... Ich trinke gleich. Mann, das war so ein schönes Foto. Was dann? Gut, okay. Ich kann auch wieder rein, hauptsächlich kein Problem. Alles gut. Mhm. Herrlich. Ich hab dann, was wir draus gemacht haben aus diesem schönen Abgang. Hm? Das haben wir ja da... Ich hab so ein bisschen Angst dass wir irgendwie den Server hier killen, quasi mit, aber... Nöööööööööh, ich glaub so schlimm ist das nicht. Glaub ich auch nicht. Hoffs. So, dann... Na, ach so... Das sind zum nächsten, oder? Wohin mischen wir jetzt? Ich hatte einen hier relativ nah. Na, schau ich da. Der ist schon groß, sehe ich die Schatzkiste hier. Dann machen wir den als nächstes. Meiner ist ein bisschen weiter weg. Steine. Weißt du, dass einmal auf der Straße fahren, nein, alles querfeldein. Ne, es ist in der Tat halt... Auch. Liebe, es um Steinen zu hängen. Das dachte ich mir. Super. Wenn ich hier auch entsprechend gleich mal querfeldein. Werfeld Pampa gefahren und... Super. Aber die Hunde haben dasselbe Problem wie wir. Schön. Ah! Jep, Koya hat erst die wenige Hunden. Oh, ist das super! Alter! Aua! Halbtot! Alter! Ernsthaft! Mann! Abspiel! Ja, ich hab die nächste gefunden und bin auch halb tot. Ja, also... Noch eine überlebe ich nicht. Äh... Fies! Um das mal kurz zu... zu... resümieren. Das ist... richtig... Fies! Kann der mal ein bisschen schneller... Weil ich würde mich... Warte mal... Ich möchte gerne mal absteigen und mich... mich heilen, weil... Ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch in eine Mine fahre, dann bin ich... Achtung Hund! Achtung Hund! Ich habe einen Hund nicht erwischt. Scheiße, ich habe eine Blutung. So, der ist tot. Achtung, Zombie hinter dir, Koya. Ja. Was? Wo? Ach da. Was? Was? Oh, oh. Ich habe... Ich habe aus Versehen, meine Pfeile scheint es... In die... In die... Ne, ins... ins Moped gelegt vorhin. Ja, aber einen soll das doch noch... Naja, den hatte ich am Hund verschossen. Ach so. So. Von der... Teile... Wo sind sie? Ich glaube, das ist ein anderes Moped. Also bei mir sind keine drinnen. Ne, hier sind sie auch. Steel Crossbow Bowls. Hä? Warum hat dann die nicht... Drücke mal R. Ja, muss ich neu reinladen scheint es. Ja. So. Okay, gut. Ach so, meine ist ja... Eigenartig, ne? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nur einen, äh... Ich habe noch einen von den Steel's und... Das muss einmal neu. So, wir sind eigentlich da. Es müsst ihr im Moment anfangen hier rot zu blinken. Ja, hoffentlich nicht durch eine Miene. Ja, dann blinkts auch rot. Ja, nur ganz kurz. Hier. Moment, dann wieder ein bisschen zurück. Außerhalb parken. So, hier ist außerhalb. Also, geht los. Moment, hier muss ich mit der Picke, ne? Nö, nö, kannst du auch schaufeln. Und das Zeug lässt sich schaufeln. Okay. Also, wir gehen hier. Und dann? Bis... Oh Gott. Großes Feld. Äh... Bis hier. Und... Links-Rechts? Ja, ja, ich bin ja... Gemachtes mit der Alte oben weg. Ja, bis hier. Okay. Und auf der anderen Seite. Bis... hier. So. Großschippen. Fröhliches Graben. Schipp, schipp, hurra! Wir schaffen das. Wo? Vom Berg. Rechts von... Also, ja, rechts von uns bringt uns viel Richtung Osten. Genau, du rennst die Draht durch so. Ja. Möchtest du dich nicht beteiligen? Was? Am Graben. Mach ich doch, ich hab ja nur den Hund erstmal entsorgt. Ach so. Ach ja. Uah! 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 Was soll da gerade wieso? Ja! Ich war grad voll konzentriert beim Buddeln. Danke. Bitte. So. Er lebt ja immer noch. Ja, ich hab nur einfach geschossen. Nicht unbedingt auf den Kopf. Aha. Ich hab ihm auch nur den Arm abgeschossen. Gut. Da kommt ein... Köter. Oh, im Chat geht's schon wieder um Schokolade gerade. Weißt du, ich guck kurz in den Chat rein. In den Stream-Chat. Da geht's um Cookies. Mhm. Ja gut. Cookies und Cash. Okay. Da geht's um andere Cookies, sehe ich gerade. Aber auch um Schokolade. Ähm. Hat irgendwer von welcher Bandage zufällig zu haben? Ja, hab ich. Äh, ja. Schnell am Boden. Äh. Ja. Danke. Danke. Ich hätte aber gern den Rest wieder zurück. Okay. Ähm. Achso, ne. Falsches Spiel. Ähm. Ich wollte es droppen mit O. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Ähm. Frag nicht, wie viel Leben ich jetzt hab. Hä? Nein. Zwar noch zweistellig. Ah, na dann. So. Irgendwie hab ich jetzt Hunger. Hä? 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 Das ist voll gemein. Dann lies nicht zu viel im Chat mit. Doch, doch. Jetzt so beim Schaufen kann man das ja gut. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Hm. Hm. Ja, eigentlich müsste man fast, äh, verlangen, äh, dass, äh, um die Themen, wie es geht, auch geliefert wird. Tja. Hehe. So. Ja. Aber das Schöne ist, wir kriegen da jetzt auch massig Sand. So. Und Stein. Und Stein. Ja, ich hab's eben im Stream schon angekündigt. Wahrscheinlich, wenn diese Folge kommt, ist es vielleicht sogar schon gestartet. Das Let's Play zu Horizon Zero Dawn. Dann ein neues, ein neues Schauen wir mal, wird's geben. Da hab ich quasi auch schon alles vorbereitet. Ähm. Ich hab die Kiste. Okay. Langsam werd ich mir selbst unheimlich. Ähm. Das heißt also demnächst, wie zu tun. So. Und. Zum Thema. Oh, was haben wir denn da im Moment? AK-47 Matic. SMG Receiver. Shotgun Shells. 4.000 Kohle. 4.700. Und SMG Barrel. Neugier. Hab schon mal bessere. Dann müssen wir nur gefühlt fünf Meter weiterfahren. Dann sind wir bei einer Kiste. Oh, super. Wo sind mein Moped? Weiß nicht. Hier bei mir. Nein, andere. Ja. Gieß das? Ja, genau. So. Dann versuchen wir wieder dem Blauen zu folgen. Mhm. Nein, ich muss zuerst einmal in die Kruse fahren. Macht mir Spaß. Super. Mhm. Xaro geht hier wieder vorwärts. Bäh. Boah. Boah. Also eine beschissenere Gegend zum Moped fahren gibt's gar nicht, ne? Kaum. Nein. Und Danu? Bloß nicht auf ne, auf ne Miene. Wir wollen dich noch ein bisschen. Bei uns haben wir. Oh. Ja bitte. Hier liegt noch mal in die Treibung. Oh ja. Oh ja. Nehme ich gerne. Moment. Boah. Brauchst du Hilfe? Weit ich nicht mein Tag. Hey. Also in der letzten Folge war nicht mein Tag. Nee, da hast du... Ja. Und wir haben hier ne, ähm... Basis. Jetzt muss ich mich erstmal ausbuddeln. In Anführungsstrichen. Komm dich nicht hoch mit dem Moped. Was haben wir? Ach die... Ach die... Das ist... Okay. Ist das das Alte? Ne, oder? Ähm... Ne, das ist was anderes. Ne, das muss ein anderes sein. Seht nicht direkt an der Straße. Ich sag nochmal so Stichwort Miene. Ah ja, ich guck hier grad schon. Ich seh jetzt hier zwar nichts, aber das hat auch nichts zu sagen. Ne, auf dem Boden ist es ja auch extra fies. Auf dem Boden sieht man doch alles. Geh mal hier vor auf die Straße. Wollen wir mal reinschauen in das vor? Ja, aber wie gesagt, da müsste ich vorne irgendwo sicher ein Tor sein. Ist doch egal. Mach mir hier ein Tor. Hallo Zombie. Ach, ist doch da hier das, wo wir schon im Alter waren. Okay. Wieso sind die Minen schon geräumt? Nö, hier sind keine Minen. Ach so. Dann geh ich grad mal zum... Zum... Ach dann seid ihr da vorne. Zum... Ach da war ich doch neulich in einer Folge. Aber... Bis daher war ich übrigens suchen die... Ähm... Da, was machst du da? Klopp mich ein bisschen mit Zombies. Okay. Hallo Mistvieh. Die kann man einfach aufsammeln, oder? Die Minen müsste man aufsammeln können, ja. Warte mal, was ich schon immer mal testen wollte. Nee, erschießen kannst du sie nicht. Okay. Hö. Was ist die Minen? Ja. Doch, die Minen kannst du das verschießen. Muss nur genau erzählen. Hö, habe ich. So. So. Oh ja. Ich will unbedingt aufsammeln. Aber nicht mehr diese Folge, denn sie ist schon wieder vorbei. Ähm... Doch, trotzdem. Die Folge. Nein, Danu! Cliffhanger, komm schon! Ähm... Was macht ihr da? Hä? Nix? Oh, da ist noch eine. Okay. So, das nennt sich... Schnelle Zombie-Beseitigung. Ich krieg die Minen nicht aufgehoben. So. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ob ich dann noch hier... Was? Du bist tot? Bist du verblutet? Ja, bin ich grad. Nein. Ah, bin ich. Aber das machen wir nächste Folge. Ich wollte unbedingt rennen. Hä? Ach, das ist gut. Hm. Viel Spaß. Ja, 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 ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann... Ähm... Mal gucken, wie lang Danu... Also... Wird schön. Nicht lange. Kannst du ja auch ein Morbett bauen? Nein. Nein, kann sie nicht. Sie hat das Buch nicht. Ich schreie lieber zu Fuß. Sie hat das Buch nicht. Stimmt. Außerdem geh ich lieber zu Fuß. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.